Regierung zockt Rentner weiterhin ab. Um was geht es, meine Damen und Herren? Es geht weiterhin um die Doppelbesteuerung der Renten. In meinem letzten Video habe ich Ihnen erläutert, dass es seit wenigen Tagen den Referentenentwurf des Wachstumschancengesetzes gibt und in diesem Gesetzesentwurf soll auch der zweite Schritt zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Renten eingeführt werden. Nämlich, dass beginnend ab 2023 der Besteuerungsanteil für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang nur noch ein halber Prozentpunkt beträgt, im Gegensatz zu einem Prozentpunkt vorher. Viele von Ihnen haben in den Kommentaren gefragt, ob nun die Doppelbesteuerung der Renten ausgeschlossen ist. Die Antwort darauf ganz klipp und klar Nein. Jedoch ist die Antwort, obwohl sie Nein lautet, nicht automatisch eine schlechte Nachricht, denn das ist dem Finanzministerium bekannt. Genau das finden Sie in dem Referentenentwurf auf Seite 140, denn da, und so ist es in Referentenentwürfen nahezu immer, werden die Änderungen, die Gesetzesänderungen, ich sage mal, begründet. Und da gehe ich jetzt mal gemeinsam mit Ihnen rein und lese Ihnen ein Passus vor und kommentiere den leicht. Und zwar geht es jetzt hier los. Die mit dem Alterseinkünftegesetz im Jahr 2005 begonnene Umstellung der Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung auf die nachgelagerte Besteuerung beinhaltet unter anderem, dass der in Abhängigkeit des Jahres des Rentenbeginns anzuwendende Besteuerungsanteil ab dem Jahr 2020 jährlich um einen Prozentpunkt ansteigt. Was heißt das? Nun, seit 2005 wurde die Rente umgestellt auf die nachgelagerte Besteuerung. Und das bedeutet, je nachdem, wann Sie in Rente gehen, gibt es einen gewissen Prozentsatz. Zudem ist Ihre Rente steuerfrei. Dieser wird festgeschrieben, verändert sich für Sie nach Ihrem Renteneintritt also nicht mehr. Und das ist Ihr Rentenfrei-Betrag. Und der wurde über die Jahre immer weniger. Ursprünglich pro Jahr um zwei Prozent und aktuell pro Jahr um ein Prozent. Natürlich abgestellt auf das Jahr Ihres Rentenbeginns. Wie ich sagte, das Jahr Ihres Rentenbeginns, da wird der Prozentsatz fixiert, auf Ihre erste volle Rente angewandt, da kommt ein Betrag raus. Und das ist Ihr Rentenfrei-Betrag. Der Anteil Ihrer Rente betragsmäßig, der dann für Ihr Leben lang steuerfrei bleibt. Weiter nun im Referentenentwurf. Nach der bisherigen Regelung wären demnach Leibrenten und andere Leistungen aus der Basisversorgung erstmals ab der Kohorte 2040 vollständig als steuerpflichtige sonstige Einkünfte zu berücksichtigen. Heißt ursprünglich oder noch aktuell sind ab 2040 die Renten, also Renteneintrittsjahr 2040, die Renten zu 100 Prozent steuerpflichtig. Weiter mit der Änderung wird nun beginnend ab dem Jahr 2023 der Anstieg des Besteuerungsanteils für jeden neuen Renteneintrittsjahrgang auf einen halben Prozentpunkt jährlich reduziert. Für die Kohorte 2023 beträgt demnach der maßgebliche Besteuerungsanteil anstatt 83 Prozent nur noch 82,5 Prozent und erreicht nach seinem kontinuierlichen jährlichen Aufwuchs erstmals für die Kohorte 2058 100 Prozent. An dem Punkt nur mal so am Rande. Die Regierung spricht hier von einer Kohorte. Was ist denn eigentlich eine Kohorte? Naja, Kohorte ist ein anderes Wort für eine Schar, eine Gruppe, also die Gruppe der Rentner, die dann 2023 und so weiter in Rente geht. Aber googeln Sie das Wort doch einfach mal, denn es gibt ja im Internet oder im Duden oder wo auch immer diese Definitionen. Und zwar finden Sie, da dann die oder der Ausdruck Kohorte ist bildungssprachlich abwertend, die Bezeichnung für eine Schar, eine Gruppe, also von gemeinsam auftretenden, agierenden Personen. Nur so am Rande, wie gesagt, die Regierung spricht hier nicht von Renteneintrittsjahrgang, sondern von einer Kohorte, also bildungssprachlich abwertend von einer Gruppe Rentner. Aber das nur so am Rande. Soll hier ja nicht Thema sein. Finde ich aber armselig, was die Regierung hier mal wieder tut. Nun kommt im Referentenentwurf in der Erläuterung zu dieser Änderung der ganz wichtige Part. Und zwar geht es dann wie folgt weiter. Die Änderung ist vor dem Hintergrund der Urteile des Bundesfinanzhofs vom 19. Mai 2021 erforderlich. Der BfH hat in seinen Urteilen erstmals die Berechnungsparameter für die Ermittlung einer sogenannten doppelten Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung definiert und damit die Kriterien für die Festlegung einer möglichen doppelten Besteuerung von Altersvorsorgeaufwendungen und der aus diesen Aufwendungen resultierenden Rentenleistungen vorgegeben. Oder kurz gefasst, es geht um die zwei Urteile. Da habe ich 2021 schon Videos darüber produziert. In diesen Urteilen hat der BfH zwar bei den zwei Klagen damals festgestellt, dass da keine Doppelbesteuerung von Renten vorlag. Also bei den zwei Klägern, sage ich mal. Er hat aber gesagt, dass für künftige Rentner oder für anders gelagerte Fälle das ganz klar nicht auszuschließen sei. Und er hat auch die Argumentation der Gegenseite, also hier im Ergebnis der Regierung, verworfen und gesagt, dass, was die sich vorgestellt haben, was alles in die Rentenleistungen, sage ich mal, einfließt oder was dazu führt, dass eben keine Doppelbesteuerung auftritt, das hat der BfH verworfen und hat ganz klare Parameter festgelegt, wie man ausrechnen kann, ob die Rente doppelt besteuert wird. Und da greift das und deswegen sagte ich ja vorhin, ist das gar keine so schlechte Nachricht, auch wenn die Doppelbesteuerung noch nicht ausgeschlossen ist. Das Finanzministerium greift das im Referentenentwurf dieses Gesetzes dann auf und dann geht es wie folgt weiter. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass es in keinem Fall zu einer Doppelbesteuerung kommt. Genau das hat der BfH gesagt, denn das ist nicht zulässig. Und für zukünftige Rentenjahrgänge das Risiko einer doppelten Besteuerung zu minimieren, wird mit dem vorliegenden, langsameren Anstieg des Besteuerungsanteils ein weiterer wichtiger Schritt umgesetzt. Also es gibt nicht nur einen Schritt, der umgesetzt wird, um die Doppelbesteuerung zu vermeiden, sondern mehrere. Auf den zweiten, der ist schon umgesetzt, kommen wir gleich. Aber das Finanzministerium ist sich offensichtlich bewusst, was zu tun ist und ganz genau bewusst, was zu vermeiden ist. Die vorliegende Anpassung dann im Referentenentwurf weiter, des Paragrafen 22 und so weiter, folgt damit dem mit dem Jahressteuergesetz 2022 bereits umgesetzten Entfall der prozentualen Begrenzung für die Altersvorsorgeaufwendungen im Rahmen des Sonderausgabenabzugs ab dem Jahr 2023 und wird dazu beitragen, eine doppelte Besteuerung von Renten aus der Basisversorgung für zukünftige Renteneintrittsjahrgänge zu vermeiden oder abzufedern. Also was wird hier gesagt? Nun ganz kurz zusammengefasst, wird hier gesagt, es werden dieses Jahr, so Stand heute, zwei Maßnahmen umgesetzt, um die Doppelbesteuerung von Renten zu vermeiden oder abzufedern. Und auch ein wichtiger Punkt für zukünftige Renteneintrittsjahrgänge. Dann geht es noch weiter, die vorliegende Anpassung sowie die bereits umgesetzte Anpassung des Sonderausgabenabzugs werden jedoch nicht ausreichen, um doppelte Besteuerungen für alle zukünftigen Rentenkohorten vollständig zu vermeiden. Also das Finanzministerium ist sich dessen absolut bewusst, dass das, was jetzt umgesetzt wird oder umgesetzt werden soll, nicht ausreicht, um die Doppelbesteuerung der Renten zu vermeiden. Und das Finanzministerium begründet auch, warum das so ist. Zudem greifen diese beiden Anpassungen erst ab dem Jahr 2023 und entfalten daher ihre Wirkung erst für Renteneintrittsjahrgänge ab 2023. Zur vollständigen Vermeidung einer doppelten Besteuerung sowohl für zukünftige Rentenkohorten, aber auch zur Beseitigung von gegebenenfalls im Einzelfall bereits eingetretener doppelter Besteuerung von Renten, also in Bestandsrentenfällen, sind weitere Regelungen erforderlich, die zeitnah in einem dritten Schritt gesetzlich geregelt werden. Also liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, um das nochmal zusammenzufassen. Erstens, die Regierung zockt Rentner weiterhin ab. Zweitens, es gab zwei BRV-Urteile im Mai 2021, also vor gut zwei Jahren. Und da hat das höchste deutsche Finanzgericht festgelegt, wie eine Doppelbesteuerung von Renten nachgewiesen werden kann. Bedeutet, auf Grundlage dieser zwei Urteile steht es jedem frei, sich das auszurechnen und gegen die Doppelbesteuerung der individuellen Rente zu klagen. Das ist Sachstand. Drittens, die Regierung hat bereits eine Maßnahme umgesetzt, um die Doppelbesteuerung abzumildern. Nämlich, dass ab 2023 100 Prozent der Vorsorgeaufwendungen, also der Altersvorsorgeaufwendungen, zur Basisversorgung als Sonderausgaben abgezogen werden dürfen. Viertens, in dem Wachstumschancengesetz ist ein zweiter Schritt geplant, der umgesetzt werden soll. Nämlich, dass der Besteuerungsanteil der Renten für Rentner mit Renteneintrittsjahrgang ab 2023 nur noch 0,5 Prozent pro Jahr, also um 0,5 Prozent pro Jahr abgemildert wird und Renten erst ab dem Renteneintrittsjahrgang 2058 zu 100 Prozent versteuert werden. Fünftens, der Regierung ist es absolut bewusst, dass diese zwei Maßnahmen nicht ausreichen, zum einen um die Doppelbesteuerung aller Renten zu vermeiden und der Regierung ist auch bewusst, dass die bisher getroffenen Maßnahmen, wenn überhaupt, nur Renteneintrittsjahrgänge ab 2023 betreffen. Für alle, die vorher in Rente gegangen sind, nutzen die bisher getroffenen Maßnahmen ja überhaupt nichts. Sechstens, dadurch, dass der Regierung das bewusst ist und sie keinen wirklichen Handlungsspielraum hat, eben aufgrund der zwei BfH-Urteile, ist geplant, einen dritten Schritt umzusetzen, der dann gesetzlich geregelt werden muss, um die Doppelbesteuerung von Renten zu vermeiden. Das ist zwar noch immer nicht befriedigend, aber auch nicht die schlechteste Nachricht. Denn immerhin ist die Regierung sich bewusst, dass was Weiteres getan werden muss. Und sie ist sich auch bewusst, dass gerade für rückwirkende Renteneintrittsjahrgänge etwas getan werden muss, dass sie durch diese aktuellen Regelungen gar nicht berücksichtigt wurden. Was auch unbefriedigend ist, ist die Tatsache, dass derzeit überhaupt nicht bekannt ist, was die Regierung da plant, noch umzusetzen, um eben für alle Rentner eine Doppelbesteuerung zu vermeiden. Daher meine Aussage, solange das nicht ganz klar geregelt ist, zockt die Regierung Rentner weiterhin ab, indem sie Renten doppelt besteuert. Unabhängig von der Doppelbesteuerung der Renten. Aber das habe ich in einigen Videos schon zum Ausdruck gebracht, ist es meiner Auffassung, dass Renten gar nicht besteuert werden sollten. Pensionen im Übrigen demnach auch nicht. Alle Altersruhegelder. Und wenn das aus welchen Gründen auch immer nicht umsetzbar ist, fordere ich einen Grundfreibetrag von 2.000 Euro pro Monat für ledige, also 24.000 Euro pro Jahr. Sprich, der Grundfreibetrag sollte mehr als verdoppelt werden. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dieses Video war wieder hilfreich für Sie. Gerne sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Das war's von mir. Ciao. Bis zum nächsten Mal.